Ja, Mann und Leute, herzlich willkommen zurück zu Depp by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Fang unterwegs und wir haben heute mal einen Randomizer-Send-Up mit dabei. Tabs-Verdacht, Blendgranate, Seelenruhe und innerer Fokus von Hedy müsste es sein. Ich habe diesmal allerdings keinen Randomizer vom Boster, sondern den In-Game-Randomizer, den man für die Aufgaben benutzen sollte. Und ja, wir sind heute wieder mit der Community unterwegs. Ansonsten, was ich noch sagen wollte, heute Abend ist der Chapter-Release von Nicolas Cage. Dementsprechend bin ich heute Abend auf jeden Fall auf Twitch online, Leute. Kommt gerne vorbei und dann können wir uns mal den neuen Survivor anschauen. Nicolas Cage, ich bin sehr gespannt, wie es sich so alles spielen wird. Ich war selber noch gar nicht auf dem PTB, habe mir natürlich die ganzen Sachen schon mal ein bisschen angeschaut. Aber ich freue mich, heute Abend geht es dann los, 17 Uhr. Ich würde sagen, wir sehen uns später und ihr könnt jetzt das Video schauen. Nee, nicht Haferbrei. Horwich, wie heißt das auf Deutsch? Heißt das Haferbrei, Haverschleim? Nee, ihr wisst, was ich meine. Da hatte ich auch gefrorene Beeren reingemacht. Haferbrei ist richtig, Dankeschön. Ja genau, das Haferflocken. Tasse Haferflocken, Tasse Milch, Tasse Wasser. Let's go. Doktor. Doktor, Healdoktor. Mir geht's super gut, ja. Alles easy hier. Wie immer könnte es natürlich ein bisschen kühler sein, aber man will sich auch nicht beschweren. Im Winter meckern wir dann wieder, dass es zu kalt ist. Selbst im Paradies wären wir nicht zufrieden, im Schlaraffenland. So, wir ziehen durch, oder? Oh Gott. Oh, ich hab sogar Random Perks. Hat sogar geklappt. Nice, da muss ich jetzt ja nur noch entkommen. Tana. Wir sind längst im Paradies und haben die Hölle draus gemacht. True. Oh, bitte nicht das zweite Mal an mir abschmieren. Scheiße, warum denn immer ich? Was hab ich euch getan? Aufs Maul. Dann ins nächste rein, da hab ich noch ne Palette wenigstens. Geht zu spät. Mich mal getroffen hast du. Bin hier hinten lang. Let's go, Doktor. Ich hab gar nicht gesehen, wo ich lang bin. Kann das sein? Ne. Okay. Ha, zurück abgeschmiert, Mac. Was machst du jetzt? So, let's go. Rins muss demnächst los zur Arbeit. Ey, gerade aus dem Urlaub, ey, direkt wieder Arbeit. Frohes Schaffen, ruhigen Dienst, Rins. Schön, dass du da warst. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade um den Gen. War aber auch tatsächlich ja gar nicht so geplant. Ich finde, das haben sie so cool gemacht hier. Richtig geile Einrichtung. So, ich kümmere mich um deinen Generator. Kein Problem. Selbstverdacht. Blendgranate. Seelenruhe. Wie heißt denn das obere nochmal? Ist es das, wenn ich ein Todem mache, dass ich das nächste Todem sehe von Jill? Oder welch ist das? Jetzt redet hier Leni von Ichiban. Jetzt habe ich Hunger auf Sushi. Was soll das? Was ist mit euch allen? Oh, jetzt will er aber Rina haben. Rina, einfach einmal im Kreis drehen. Das funktioniert. Ich habe es auch gerade geschafft. Ach, ja. So, der Vic wird von seinem Gen gejagt, leider. Ärgerlich. Oh. Da vorne. Jetzt hat es gerade getriggert. Ah, wenn jemand down geht. Ah, okay. Das ist dieses Ding. Wenn ich am Gen bin, jemand down geht, ich glaube ich sehen kann. Keine Ahnung. Irgend so eine Fähigkeit, die keiner spielt. So, geil. Die Mac macht den Gen fertig von Vic, glaube ich. Vic ist noch full live. Das heißt, einer von den beiden kann ja gleich helfen gehen auf entspannt. Ne, Vic ist noch mal an einem anderen Gen. Okay. Ich bleibe hier mal trotzdem dran. Er schockt halt irgendjemanden. Weiß aber nicht. Hat Vic. Okay. Da könnte Megaroni tatsächlich auch, wenn verletzt, vielleicht helfen gehen. Ja. Geil. Dann kriege ich den Gen fertig. Hat der Vic andere Leute? Nee, ne? Ich hoffe, es kommt niemand zu mir. Leute, let's go! Hast du einen Medi-Kid? Nee. Hier. Mal Medi. Ey, Wanne! 24 Monate. Zwei Jahre. Ja, huch! Oh. Oh, okay. Oh Gott. Wieso ist er nicht auf mich gegangen? Okay, let's go! Dann hole ich mir aber meine Blendgranate. Der hat tatsächlich noch einen Nerd dabei. Aber, ey, gibt gar keinen Sinn, dass er dann nicht auf mich gegangen ist. Also, Wanne schon im zweiten Jahr, ey. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es geht dir gut. Willkommen im Streben. Wanne wieder im Guild Wars zocken. Tja, hätte ich mal mit Tabs Verdacht ein bisschen genauer hingeschaut, hätte ich vielleicht sogar gesehen, wo das Totem ist. 1299 ist eigentlich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Scheiße, ich glaube, das Totem ist irgendwo da hinten sogar. Da ist es. Ich versuch's. Oh, scheiße. Ich bin da. Nee. Ich muss mich jetzt erst mal beruhigen, Leute. Sonst müssen wir einmal traden. Obwohl der Trader halt auch nicht so viel bringt. Da war halt ein Moment. Oh, ich habe aufgehört. Ich dachte, der kommt zu mir. Jetzt ist er bei mir, Leute. Na gut, ich hänge jetzt direkt daneben. Okay, ich versuche, mich selber zu befreien. Renz hat ja doch eine Cam. Ich war gerade dabei, mich einzuloggen. Hände ich einfach nur, Wanne. Oh mein Gott. Let's go. Mach auf den Laden. Ja. Was ist hier los? Als ob. Als ob. Ich ziehe einfach die 4%. Okay, wir sind alle raus. Auf easy Basis. Alles richtig gemacht. Geil. Ja, die anderen beiden stehen auch im Ausgang. Liebe Grüße an YouTube, ne? Ei, ei, ei. GG. Der arme Doktor, ey. GG. Der Flanenjoyer. Aber auf ganz entspannt die 4% gezogen und einfach mal rausgerannt, Leute. Was will man machen, ne? Das, äh, ja, lief alles ein bisschen ärgerlich ab für den Dok. Am Ende des Tages sind dann tatsächlich noch alle rausgekommen. Wer hätte damit noch gerechnet? Ich nicht. Ich denke mal, ihr wahrscheinlich auch nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Like da, lasst einen Kommentar. Da seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.